Hallo und herzlich willkommen bei Red of Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Guardians of Claudia. Viel Spaß. Okay, da sind wir auf das Spiel hochgeladen, neuen Account besucht und los geht es. Hm, was machen wir da? Okay, da sind wir da. Hm, gut. Glaubt es hier nicht irgendwie? Daily Questa oder sowas? Ich glaube nur die hier. Ticketmix. 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 Hmm. Oh, six miles. Oh, okay. 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 Hmm. Hmm. Ah, das geht nicht mehr. Okay. 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 Ah, wir haben 5 Euro. Nein. Ein bisschen warten. Vielleicht. Es ist hier nur abgestürzt, weil er das Bild haben möchte. Aber ich glaube, der ist ganz abgestürzt. Ah, nee, es geht weiter. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, in letzter Zeit stürzt er aber ab. Okay. 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 Dann haben wir hier einmal... Schade. Dann kriege ich wieder keinen zusammen. Licken der. Dann kriege ich wieder. Dann kriege ich wieder. Okay. Gut. Dann kriege ich wieder weg. Dann kriege ich wieder weg. Und bei dem war es... Oh. Ist hier zu voll. Ich bin jetzt mit der 1. Gut. Okay. Ist das fertig? Open Gameplay Book. Select Treasure Land. Ich bringe jetzt Ritter 1. Wieso? Ich muss 50 Stück killen. Ich muss, dass ich hier wieder wegschraube habe. Ich muss das einfach wegschrauben. Ich muss das wegschrauben. Ich muss das wegschrauben. Dann kriege ich wieder zurück. Wenn ich noch was, schrauben, dann schrauben sie zurück. hm, wie viel war denn das? 21 oh, geht nicht mehr, schade 21 22 23 24 25 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 Nee. Auf Level 60? Na, das schaue ich nicht. Nicht heute. SkyTown 1. Nicht Tower Tower. Sky Tower. Auf Level 60? Na, das schaue ich nicht? Na, das schaue ich nicht. Die Schaut? Lecker. Na, die Schaut? Stop. Oh, noch zwei Stückis, dann geht's los. Einer? Komm schon. Ich bin der Ampfel, obwohl ich Ritter 1 bin und hören alle Ritter 2. Hm. Ready to brave the sky tower? Ah, startet das um 12.30 Uhr, ist um 24 Uhr. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, dann machen wir jetzt das Puzzle Challenge. Ah, läuft hier ne Zeit. Oh, okay. Oh, okay. Schneller. Schneller. Kletter schneller. Mal schauen, was für ein Puzzle gleich noch kommt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh. Hm, hat mich erwischt. Also die Gegner hier sind auch ganz schön stark. Ich bin ja von acht. Ich bin froh, Marke. Das ist nichts von acht. Warte, mein Gott, das hat nicht ganz so viel Schaden. Warte, mein Gott, das ist ein Schaden. Okay, jetzt kommt sie in von acht. Ich empfehle die Wand hochklettern. Ach, wieder zehn solche Teile, die mich getötet haben vorhin. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, überlebt. Vorher weg gerade. Fertig. Gut. 8 von 8. Einmal drehen und was habe ich? Zwei. Zwei. Oder. Ja. 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 Mehr folgt in DANGEROUS. Was heißt jetzt die MENG-Feste ich mach? So. Wenn ich in der Stadt komme, höre ich erstmal auf. So. 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 Okay, dann mache ich das jetzt noch einmal. Einer fehlt noch. Ja, jetzt. Oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Gut, ich bin wieder in der Stadt. Ich wollte jetzt sowieso aufhören. Dann würde ich mal sagen, dann war es das für heute. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.